Hallo, wie Sie sehen, ist bei uns heute Georg Cantor zu Gast, wenn auch nicht persönlich, dann zumindest im Geiste, denn es wird gehen um die Anzahl der Sprachen. Mein Name ist Markus Krötzsch, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind in unserer kleinen Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten in der Informatik. Und beim letzten Mal hatten wir uns ja schon angeschaut, wie formale Sprachen mathematisch definiert werden und wie man sie auch in einem gewissen Grad beschreiben kann. Dazu hatten wir zum Beispiel dieses Beispiel hier angesehen, woran man schön erkennen kann, dass es durchaus möglich ist, mit Operationen Sprachen zu beschreiben. Das geht schon ganz gut, wenn auch vielleicht etwas umständlich an einigen Stellen, wenn Sie hier sehen. Diese Ausdrücke sind nicht direkt einfach zu interpretieren oder auf den ersten Blick zu verstehen, aber es ist möglich, damit eine Sprache effektiv zu beschreiben. Die Frage, die wir uns jetzt also als nächstes stellen könnten, ist, ist es möglich, auf diese Art alle Sprachen zu beschreiben? Und dazu kommt Georg Cantor ins Spiel. Zunächst einmal fragen wir uns, wie viele Wörter gibt es? Sie wissen, Georg Cantor hat sich mit Kardinalitäten von Mengen, mit Unendlichkeiten beschäftigt und offensichtlich muss auch hier die erste Antwort lauten, unendlich viele. Ja, es gibt keine Grenze dafür, wie viele Wörter man über einem gegebenen Alphabet bilden kann. Wir können aber etwas präziser sein. Es gibt genau genommen abzählbar viele Wörter. Wenn Sie sich an Ihre Mathematik-Grundausbildung erinnern, dann werden Sie da den Begriff der abzählbaren Menge kennengelernt haben, welche einfach darin besteht, dass man ihre Elemente nacheinander auflisten kann, dass sie im Prinzip dieselbe Kardinalität aufweisen wie die natürlichen Zahlen. Und für Wörter insbesondere ist das der Fall. Wir können über jedem beliebigen Alphabet, was mindestens ein Symbol enthält, abzählbar viele Wörter bilden, indem wir einfach immer längere Wörter bilden. Selbst wenn nur ein einziges Symbol zur Verfügung steht, ist die Länge ja unbegrenzt und somit ist schon mal klar, dass es unendlich viele ergibt. Dass es abzählbare viele sind, ist auch einfach zu sehen, indem man sie einfach aufreiht. Ich kann zum Beispiel hier eine Reihenfolge wählen der Größe nach, wobei ich in jeder Größe alle Wörter dieser Länge systematisch durchgehe. Ich beginne also mit dem leeren Wort Epsilon, habe dann A und B, wenn ich zum Beispiel diese beiden Symbole in meinem Alphabet habe, als einelementige oder Wörter der Länge 1. Dann folgen die Wörter der Länge 2, dann die der Länge 3 und so weiter und so fort. Und es ist schon relativ leicht zu sehen, dass das alle Wörter beinhaltet und dass sie in dieser Reihung also abgezählt werden können. Man kann auch noch versuchen, das ein bisschen formaler auszudrücken. Dafür habe ich hier einen kleinen Beweis, der aber letztlich die gleiche Idee beinhaltet und am Ende auch auf dem Grundverständnis aufbaut, dass das dann schon irgendwie funktioniert. Sie werden sehen. Also die Definition, die ich hier nutze, ist, dass die Menge aller Wörter, Sigma Stern hatten wir sie genannt, sich ja als Vereinigung aller endlichen Wörter darstellen lässt. Also aller Wörter der Länge 0, aller Wörter der Länge 1, aller Wörter der Länge 2. Sie sehen also schon, dass es hier eine große Ähnlichkeit zu dieser Reihe gibt, die ich hier oben habe. Und jede dieser Mengen von Wörtern einer bestimmten Länge ist aber natürlich endlich. Es gibt nur endlich viele Wörter der Länge 4, der Länge 5 und so weiter. Das heißt, was ich hier vor mir habe, ist eine Vereinigung abzählbar vieler Mengen. Abzählbar deshalb, weil ich für jede natürliche Zahl angefangen von 0 eine solche Menge habe und jede dieser Mengen ist endlich. Und es ist nun bekannt, eine abzählbare Vereinigung endlicher Mengen ist wieder abzählbar und damit hätte ich das Ergebnis ebenfalls bewiesen. Und ja, ich sagte schon, letztlich ist dieser Beweis aber auch nicht viel stichhaltiger als die einfache Idee hier oben, denn der vorletzte Punkt ist natürlich einer, den man auch beweisen müsste. Eine abzählbare Vereinigung endlicher Mengen ist abzählbar. Und wenn man das jetzt ganz formal und im Detail aufschreiben würde, dann würde das sicherlich auch nicht kürzer werden, als wenn man die Aufzählung hier noch ein bisschen expliziter macht. Aber okay, ich hoffe, in jedem Fall glauben Sie mir, dass es abzählbar viele Wörter gibt und dass dies auch dann der Fall ist, wenn ich zum Beispiel nur ein Symbol habe und sicherlich auch dann, wenn es mehr Symbole sind. Gut, dann ist jetzt die nächste Frage, wie viele Sprachen gibt es? Und da kommt jetzt Georg Cantor ins Spiel, denn mit seiner Hilfe wissen wir heute, dass es überabzählbar viele Sprachen über jedem beliebigen Alphabet geben muss. Überabzählbar, auch hier erinnern Sie sich hoffentlich an Ihre mathematische Grundausbildung, bedeutet unendlich, aber mehr als abzählbar viele, nicht mehr abzählbar viel unendlich. Die reellen Zahlen sind ein Beispiel für eine überabzählbare Menge. Das war übrigens auch die erste Menge, von der Cantor gezeigt hat, dass sie nicht abzählbar ist. Hier sehen Sie ihn in etwas jüngeren Jahren, da war er etwa 25 und hatte diese Ideen im Prinzip schon. Also etwa ein, zwei, drei, vier Jahre später wurden die ersten Papiere von ihm zu diesem Thema veröffentlicht unter einem sehr gemischten Echo der Fachwelt. Ja, es war zum Teil bei seinen Zeitgenossen sehr unbeliebt, diese Feststellung. Bei Mathematikern einerseits, Kronecker hat zeitlebens versucht, ihn zu behindern und das auch erfolgreich geschafft. Er hat seine Publikationen zurückgehalten zum Beispiel und wollte ihm diverse Stellen versagen, hat ihn öffentlich diskreditiert. Auch von anderer Seite her wurde er angegriffen, die Idee, dass es mehr als eine Unendlichkeit geben könnte, wie es bei Cantor's Mengenlehre erstmals auftritt, wurde zum Teil selbst in religiösen Kreisen als anstößig empfunden. Ja, die absolute Unendlichkeit wurde mit etwas Göttlichem gleichgesetzt, was man nicht steigern kann. Und Sie sehen also, da wurden philosophische, religiöse und mathematische Diskussionen auch zum Teil geführt, die allesamt gegen Geo Cantor verliefen über viele Jahrzehnte und die ihn sehr, sehr stark belasteten. Ja, also Cantor selbst ein offenbar spritziger und humorvoller Mensch, aber auch ein sehr impulsiver, vielleicht dann wiederum sehr bitterer in manchen Situationen. Man sagt, er war bipolar, also manisch depressiv, hat auch Zeiten im Krankenhaus verbracht. Eine sehr, sehr schwierige Figur. Trotzdem, von ihm haben wir die Mengenlehre und von ihm haben wir einen wunderbaren, eleganten Beweis, den wir jetzt auf die Sprachen anwenden können. Und die Konstruktion, die er damals entwickelt hat, in ganzer Allgemeinheit erst Jahrzehnte später, ist seine berühmte Diagonalisierung, die wie folgt funktioniert. Wir haben einen Beweis durch Widerspruch, bei dem wir zunächst annehmen, dass es möglich wäre, alle Sprachen abzuzählen. Das heißt, sie in eine Reihe zu bringen. Das heißt, wir können uns vorstellen, wir haben eine Aufreihung der Sprachen L1, L2, L3 und so weiter. Und dann tun wir das Gleiche mit den Wörtern, bei denen wissen wir, dass sie abzählbar sind. Das heißt, auch hier können wir eine Reihenfolge festlegen, W1, W2, W3. So haben wir es ja gerade schon gemacht im Beweis. Das heißt, das ist auf jeden Fall möglich. Bei den Sprachen ist es eine Annahme. Und was Cantor jetzt Geniales getan hat, ist, er hat sich diese beiden Dinge, die Wörter und die Sprachen, obgleich sie unendlich viele sind, in einer riesigen Tabelle vorgestellt. Ich habe hier in der Tabelle die Spalten als mit Wörtern bezeichnet, die Zeilen mit Sprachen. Und wir können jetzt in dieser Tabelle eintragen, worin jede Sprache besteht. Wenn eine Sprache ein Wort enthält, mache ich ein Kreuz. Wenn sie das Wort nicht enthält, schreibe ich einen Strich. Und so entspricht also jede Sprache einem, wenn sie so wollen, unendlichen Bitvektor, der charakterisiert, was in dieser Sprache enthalten ist und was nicht. Und da ich die Sprachen abzählen kann, habe ich also hier eine Liste aller möglichen Sprachen in Form von Zeilen. Das ist eine unendliche Liste, aber jede Sprache taucht irgendwann darin auf, wenn denn diese Annahme stimmt. Und was Cantor jetzt tut, ist es, er diagonalisiert dieses Schema. Das heißt, er fügt unten eine neue Zeile hinzu. Wenn Ihnen unten hier etwas zu schwammig ist, da wir ja unendlich viele Zeilen brauchen, können Sie das auch gerne oben tun. Wo die Zeile steht, ist völlig egal. Aber es gibt eine neue Zeile in dieser Tabelle. Und diese Zeile beschrifte ich mit LD und definiere sie anhand der schon vorhandenen Zeilen, indem ich einfach sage, dass für jedes Wort WI LD dieses Wort enthält, genau dann, wenn die entsprechende Sprache LI das Wort nicht enthält. Also W1 ist in LD genau dann, wenn W1 nicht in L1 ist. Und jetzt sehen wir, in meinem Beispiel ist W1 in L1 enthalten. Das heißt, es ist nicht in LD. Ebenso bei W2. W2 ist in L2 enthalten, also ist es nicht in LD. W3 ist in L3 nicht enthalten, also ist es in LD. Was wir damit erreichen, ist es, dass wir eine neue Sprache definieren, zweifellos. Ja, also man kann auf die Art eine Sprache definieren, aber diese Sprache hat die besondere Eigenschaft, dass sie in unserer Tabelle nicht auftaucht. Warum taucht sie nicht auf? Ganz einfach deshalb, weil sie sich von jedem Element dieser Tabelle in mindestens einer Position unterscheidet. Das haben wir extra so konstruiert. Für jede Sprache, die hier auftaucht, LI, gibt es ein Wort WI, welches genau anders sich verhält bezüglich LD, als es sich bezüglich LI verhalten haben würde. Gut. Hier unten steht das auch nochmal ausgeschrieben. Diese Idee nennt man Diagonalisierung. Man kann sie wunderbar verallgemeinern. Es gibt viele andere Anwendungen davon. Auch im 20. Jahrhundert haben wir noch viel aus Diagonalisierung gelernt, auch in der Informatik. Aber was es uns im konkreten Fall einfach sagt hier, ist, dass dieses Element LD nicht in der Liste, die wir vorher aufgestellt haben, vorkommen. Das heißt, unsere Annahme, dass wir alle Sprachen so abzählen können, ist falsch, führt zum Widerspruch und wir haben also das Ergebnis, was wir wollen. Okay, gut. So weit, so gut. Das heißt, was wir jetzt gezeigt haben, ist, dass über jedem beliebigen Alphabet Sigma es abzählbar viele Wörter, aber überabzählbar viele Sprachen gibt. Okay, jetzt werden Sie vielleicht sagen, okay, das ist schön und gut, aber was bedeutet das für mein Leben? Wie beeinflusst mich das? Ist das eine reine mathematische Feststellung oder kann ich damit auch etwas anfangen? Lerne ich daraus etwas? Und der entscheidende Schritt, um hier einen wesentlichen Erkenntnisgewinn daraus zu ziehen, ist die Sicht, dass man mit Wörtern ja nicht nur abstrakte Zeichenketten von A's und B's in meinen Beispielfolien beschreiben kann, sondern dass Wörter vielmehr letztlich alles umfassen im mathematischen Sinne, was wir als Menschen aufschreiben oder als Informatiker programmieren. Also Wörter im mathematischen Sinne beinhalten auch alle natürlichsprachigen Texte. Jeder Text ist eine Folge von Zeichen aus einem endlichen Alphabet und die Folge ist immer endlich. Es gibt keine unendlichen Texte, also ist es ein Wort. Computerprogramme sind Wörter. Natürlich. Auch die sind Texte und auch eher noch ein Teil einer formalen Sprache als unsere natürlichsprachigen Texte das sein können. Mathematische Formen sind Wörter, manchmal mit etwas seltsamen Symbolen, aber man kann sie natürlich auch kodieren in einer Art und Weise, die mit einem festen Alphabet auskommt. Sonst würden Sie hier nicht am Computer solche Formen sehen können. Gut. Das also sind alles Wörter und davon gibt es jeweils abzählbar viele. Es gibt aber überabzählbar viele Sprachen. Das heißt, es gibt viel mehr Sprachen als Texte, Programme und Formeln. Und das hat sehr, sehr grundlegende Konsequenzen, diese Einsicht. Wir können nämlich damit feststellen, dass fast alle Sprachen notwendigerweise in keinster Weise irgendwie endlich beschrieben werden können. Es ist unmöglich. Es gibt einfach nicht genügend Beschreibungen. Es gibt viel mehr Sprachen. Es gibt so viele Sprachen, dass die Menge der Beschreibungen insgesamt einen verschwinden kleinen Anteil davon ausmacht. Ungefähr den Anteil, den die natürlichen Zahlen an den Reellen haben. Null Prozent, wenn Sie so wollen. Das heißt also, fast alle Sprachen sind völlig unzugänglich für uns. Wir können nicht über sie reden. Ich kann Ihnen nicht erklären, was diese Sprachen genau sind. Nichts, was ich sagen könnte, könnte diese Sprachen in irgendeiner Weise charakterisieren. Und es trifft natürlich auch für die Programmierung zu. Auch Computerprogramme sind Wörter. Auch davon gibt es nicht genug. Und somit ist auch fast jede Sprache durch kein Computerprogramm erkennbar. Okay, und das ist doch ein Hammer, oder? Also ich finde, das ist ein sehr, sehr grundlegendes und sehr, sehr starkes Resultat, was man mit so wenig Argumenten, wie ich sie gerade hier in dem kleinen Video zeigen kann, schon erkennen kann und verstehen kann. Was dieser Satz uns natürlich nicht sagt, ist, welche Sprachen man denn nun beschreiben kann, welche vielleicht nicht beschreiben kann. Auch ist es nicht klar aus diesem Satz, dass man mit natürlichsprachigen Texten, mit mathematischen Formeln und mit Computerprogrammen die gleiche abzählbare Menge von Sprachen beschreibt. Und wir werden sehen im weiteren Verlauf dieser Videos und in anderen Videovorlesungen, die ich noch machen werde, dass es durchaus sein kann, dass wir eine Sprache mathematisch beschreiben können, sie aber trotzdem durch kein Computerprogramm erkannt werden kann. Also diese kleinen subtilen Unterschiede und Feinheiten, die aber in der Praxis natürlich sehr wichtig sind, die kann man aus diesem Satz nicht ermitteln. Trotzdem, wir sehen schon einmal, wie begrenzt unsere Möglichkeiten hier sind und wie viel es doch gibt, was sich ganz und gar dem entzieht, was wir mit endlichen Mitteln passen können. Gut, so das war schon das ganze Video für heute. Im nächsten Teil der Vorlesung möchten wir dann konkret uns anschauen, wie wir Sprachen beschreiben können, die wir beschreiben können und auch besser verstehen lernen, was genau dann damit beschrieben werden kann, welche Sprachen man so fassen kann, welche Klassen von Sprachen wir also beherrschen und damit auch praktisch anwenden können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer, wenn Sie Hinweise haben, schreiben Sie uns eine Issue auf GitHub. Die Folien finden Sie ebenfalls im Internet und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!